Eigentlich hätte ich gehofft, Halli Masche zu finden. Naja, geh ich mal weiter suchen. Musik Musik Was für ein herrliches Herbstwetter. Hallo YouTube und insbesondere Hallo Stefan und Isabel. Was ich am liebsten mache. Ich gehe gerne an eine Stelle wie diese. Wo man bequem auf einem liegenden Baum oder Baumstumpf Platz nehmen kann. Und die Sonne genießen kann. Ich nehme gerne etwas Essen mit. Oder trinken. Und verzehre dieses mitgebrachte Essen oder koche mir gerne was. Dazu bewege ich mich am liebsten mit meinem Fortbührungsmittel Liegerad. Irgendwo hin. Da komme ich aus der Stadt relativ gut raus. Das ist selbstgebackenes Brot aus selbst gemahlenem Vollkorn. Und das werde ich jetzt genüsslich genießen. Danke für euren Kanal. Ich finde es immer sehr interessant, wenn Ehepaare oder Familien die im YouTube-Kanal mit Outdoor und Buschkraft zusammenführen. Euch viel Erfolg bei eurem Kanal. Alles Gute aus Karlsruhe. Ciao.